Wir haben so ein Funkgerät auf dem Rücken geschnallt, das wiegt ungefähr 4,5 Kilo, das heißt, ich bin noch langsamer als sonst. Danke. Du liebst mich? Ich liebe dich auch. Der Song geht mich an. Warum? Ich glaube, er hat mich an. Whisky in der Gyro? Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht. Die Magenta Zuschauer, Patrick, ich hoffe, du bist uns nicht böse. Wir sollen heute unsere Vorstellungen übernehmen. Hey, aufwachen jetzt, Leute. Nutzen fixen. Yeah, team! Ja, team! Gut, Mann. Gut, Mann. Gut, Mann. Gut, Mann. Du hast mich verarscht. Hast du wirklich gesehen, ey? Ey, ich hab weiter. Jawohl, okay. Da ist er. Steig, Leute. Ja, aber wo soll der auch hinpassen? Ah! Oh, der ist hier. Steig, Mann. Stopp, Mann. We got no goal here, for sure. Oh. Steig, Mann. Das sind Emotionen, alles gut. Wenn er es anders sieht, passt, Dennis. Weiter so, ey. So ist auch der wahre Speedball auch. Holy fuck, Eleven. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Duberry. Wieso musst du das? Wieso musst du das?